Ich übertreibe mein Geld. Ja, du übertreibst du, aber du kaufst dir nur das OP-Este. Ja, was soll ich denn sonst kaufen? Soll ich jetzt meine Billo-Sachen kaufen, oder was? Ja, mach ich doch auch. Ja. Hä, darum überrenne ich dich antauern, hä? Ja. Aber diesmal bist du... Äh, kurze. So. Also ein... gut. Vielleicht sollte ich den Streamer, den ich im Hintergrund anhab, auf Twitch mal ausmachen. Ja, also Leute. Gar keine Flieger, ne? Ja. Gar keine Flieger. Ähm... Ja, warum lerber? Ich werde bei ihr so oder so Musik reintun. Jo, ähm... Kannst du mir immer sagen, wann, äh, 10 Minuten vorbei sind? Ja, kann ich machen. Raus, Papa! Raus! Ich höre nur bei mir im Streamen im Hintergrund aus! Raus! Raus! Ja, mach ich gleich. Ich probier mal mit einer anderen Taktik aus. Aber nicht der Wald. Okay, ich mach's, Johannes. Ich kaufe mal eine günstige Einheit. Also nur Hetzer. Okay. Werd ich natürlich nicht brauchen. Okay, Hetzer gegen... Nur Hetzer gegen nur IS-3. Achso, deine... Hier... Die richtig... Hä, warte mal, das ist trotzdem... Das ist eigentlich trotzdem ein fairer Kampf. Du hast die Masse. Na, wann machst du die Tür bitte zu? Ja, das stimmt eigentlich auch. Ich hab, äh... Und ich mach noch mehr Damage, ne? Joa. Wollen wir jetzt ernsthaft so ein Bellen machen? Okay. Nee. Oder warte, ich benutze auch meine günstigen. Wirklich? Äh, wirklich? Ich verarsch mich nicht. Die Suho 100. Du verarschst dich nicht, ne? Ich verarsch dich nicht. Ich benutze meine günstigsten Panzerzerstörer. Also sind die so ungefähr wie Hetzer-Bereich? Joa. Äh, ich mach Video. Ich mach Stream. Hm? Warum? Baby 2007 ist der beste... Das, äh, kann... Das nützt dir eigentlich nichts. Wer ist der beste YouTuber-Bereich? Ja, ich werde einfach so der Zoom-Musik drüber legen und der so... Nein, Baby 2009 ist der beste YouTuber. Also richtig reinschleim wieder. Ja, mein Vater will sich einschleimen. Bei wem? Hm? Bei wem? Bei mir? Ah, ja. Ah, ja. Und ich weiß es nicht. Und die ist es eine Drohung? Wie viele Hetzer hast du schon? Äh, nicht viele. Ich auch nicht. Wie viele Kosten deine Hetzer? Ich hab hier ja keine bisher gekauft. Was hast du denn dich sonst gekauft? Hä? Hast du denn dann gekauft? Äh, nein. Ich mach... Ja, ich mach... Ich mach kleine Absicherung hin, ne? Ach, ja. Ich habe Hunger! Plan B! Aber das ist halt nicht nur Hetzer! Junge! Was soll das? Was ist? Was soll das? Was soll das? Ja, ich bin jetzt zum Hetzer bestellen. Ja, ich auch. Ja, das ist so günstig, ich kann mir immer wieder neue holen. Wie viel kosten die? 210. Alter, wie die günstig. Meine kosten bisschen mehr. Wie viel? Ein bisschen. Ich habe immer noch das Gefühl, du willst dich daran halten. Ich kaufe mir die scheiß günstigsten, die ich habe. Ich muss halt vertrauen. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich traue dich hier nicht. Junge, ich kaufe mir die günstigsten, die ich habe. Ich traue dich nicht. Das sind die SU 100. Ich traue dich nicht. Ich traue dich nicht. Ich traue dich nicht. Das sind einfach die SU 100, Junge. Ich traue dich nicht. Ja, und jetzt kommt der nur mit Panzerjäger hier und dann macht meine Häuser nichts aus. ja ja das ist ja panzerjäger aber ich meine halt deine besseren die halt besser gepanzert hat man die günstigsten ja aber trotzdem halten mehr auf meinem trotzdem hätten wir das aus oder ich hab mal nie so ein battle gemacht ja ich auch herrscher schon mal da ich denke ich habe 1 2 3 4 5 6 6 auch 6 ich hab hier ich war mir gerade mein siebtes 1 ja eigentlich habe ich ja meine kosten ja auch mehr als 1 4 5 ne ich hab 5 meine kosten halt auch mehr kommt mein sechster ja meine kosten halt so viel mehr ich habe immer noch angst dass du diese kacke deine kosten 210 meine kosten 305 ja du wirst dich nur denken was ich für eine armee habe du wirst mich einfach gerade überrennen meine werden gar nicht so oft schießen können auch paar mal schon ja ein paar mal aber du hast ja auch du hast ja auch panzerjäger du wirst mich ja auch gut die jahre und dann und meine standardzahl daten mit handgranaten benutze auch king tiger tue ich nicht wir haben doch gesagt nur hetzer ja ich wollte ich dachte du hast irgendwas mit plan b gelagert ja 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 plan b ist da ist gerade fertig jetzt mach ich mal ein planer stehe also jetzt stehen da weiß ich finde ich bin ja 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 das ist plan b johannes als jünger schäfer und so wer nein absicht geholt vertrauen hier ich habe nur ein jagdpanther aber mehr nicht weil es ja mein standard ist ja gut habe ich auch also ist auch noch was du hast du hast einen jagdpanther ja also so ein jagd war der jagdpanther es hat doch ach so es heißt tiger nicht panther ja ich frage mich langsam ja gewollt aber wenn ich dich überrennen soll ja mit neun panzer ja dann kommt die gleiche scheiße wieder mit power dann muss ich wieder auf stkfz gehen und ich werde auf king tiger gehen äh ne aber die su 100 die kosten jetzt 80 mehr als die c 34 und da sind ja auch nur fahrer drin 4 fahrer drin mhm aber in den besseren sind 5 fahrer drin die kosten 60 mehr ja aha mhm okay noch ein oder zwei und dann wollen wir angreifen ne ja also bei mir oder bei dir ein oder zwei bei mir Digga bei dir wenn es bei mir zwei sind dann sind es bei dir drei dann sind es bei mir vier junge hä neun deine kosten 90 weniger seit denn entscheidung wohl mal gerade mein 10 ist na wie viel habe ich also bei meiner reihe habe ich 1 2 3 4 5 6 7 dann kommen noch drei stück dann sind es 10 ich weiß ich hätte eigentlich mehr wenn ich keinen plan b hätte mit hä plan b ist doch nur dieser eine da hm ist plan b nicht nur ein jagdpanther äh nein jagdpanther ist bei plan a was ist plan b sag ich dir ja nicht also nix äh ich sag dir bescheid nicht jagdpanther und äh king tiger das nicht 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 in der sorge 20 äh panzer 4 oder so ah oder panzer 1 panzer 2 ist ganz leicht ja das wird ey das wäre ja das ist auch eigentlich gut ne wird hier mal zweimal Besatzung gefüllt du musst dir ja noch vorstellen die können schon ein bisschen spam ja ja da wäre schon ein guter plan b und sind sehr günstig ja die kosten 100 oder so ja 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 ich jetzt an ok startet den angriff nein das war ich scherz vorwärts ne machst du jetzt ernsthaft was angreifen den angriff rückst du gerade vor hey ich stehe schon direkt davor junger hey der unfair ich bin wieder im letzten deck ja ich bin immer in der letzte ecke und der so ja ich bin direkt neben ne kann ja direkt da einnehmen und dann direkt was ja äh und wie ist meine zeit so wieder eine zeit ob ich wieder einen neuen clip machen muss ja langsam schon ja langsam schon hallo rück mir hervor oh schlechte idee alter ja ja sind einige bei dir oder äh hey es ist ja bei dir was komplett anderes was du hast ja nur was hab ich nur jetzt sind ja stärker ich hab nur so 100 ich dachte die die äh fuck jetzt wurde ich komplett verarscht echt die sind ja wie mein Jagdpanther nein schonmal daran gedacht die kosten aber nur 90 mehr als deine und dafür kann ich sie mehr haben die sind ja wie mein Jagdpanther scheiß weg die größeren der war auch klein aber ne jetzt hole ich meinen Jagdpanther ja okay Plan B was braucht man Plan B Plan B bei mir Plan B vorwärts er ist 3 in den Kampf Plan B ist bei mir auch Plan B ist bei mir auch Plan B Angriff ich würde jetzt mal stehen bleiben KING TORIGER Feuer Moin Reiße Guck mal bei dem Hitzer Plan B hat gut geklappt ne Mhhh Mhhh oh oh what oh oh what oh da wissen meine Soldaten was zu tun ist Jungen jetzt haben wir an loszufahren Wicke dieser Typ fällt nicht los ja jetzt fährt einfach los fährt einfach weg ja meine zwei Soldaten werden dich bis zu Ende Welt verfolgen ja ah gut habe ich einen Plan C ha was wirst du dich dabei vorstellen ne das habe ich erwartet dass du doch betrogen hast was habe ich betrogen ja das sowieso ein fucking genommen hast ja wow das ist auch so ein hatte ich nicht doch ein King Tiger ja der war später ja der war ja auch der ist auch erst später gekommen ja so keine Ahnung den hatte ich ja hinten stehen und warten hallo ich denke diesen hier kennst du fahr schön rein dass er nicht mehr Geld kriegt und kriegst machst das oh fuck ja hast du auch durchbrechender Schuss ja scheiß Dreck bringt ja nix doch treff dich trotzdem ziehst du dich zurück ach nix schieß weiter hä hä ja 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 ich geh schon ich geh schon gleich Gott sei Dank habe ich einen Plan D D hä hä ja Alter genau ich werde einfach abgelenkt hä hä ich denke da äh ach hä 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 ja ich könnte weh ich sag dir das machen wir morgen hä ja was ja es ist ja gleich vorbei ja jetzt will der das das will der das sein ne ja ich hab doch geschafft zu gewinnen ach du hast nicht gewonnen ich hab immer noch eigentlich hab ich meine Panzer nicht zurückgezogen ja ich bin hä als ob der ein durchbrechender Schuss einfach ne 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 du bleibst hier du gehst da hinten ne die Infanterie wo ist drittendeckungen ja aber die hat mehr Panzer rum diese eine russische Panzer den du genommen hast ja dafür kosten sie ja 90 mehr ja dafür kosten sie ja 90 mehr ja ja ich besitze ganz viele Fahrer was brauchst du ich brauche ja nur ich brauche Musik okay kann man sich ein eigenes das heißt nicht gewonnen ich hab drei 3 3 3 Panzer Zerstörer und noch ich habe ein noch Na gut ich hab zwei Jahre Pantha das King Tiger ja ich hab mehr zu ich hab mich ah ich hab mich ich bin garmisch ich bin hier Okay. Du musst nicht mehr aufhören. Geh auf den Weg! Alter, wie viel hast du noch davon? Warum geht es jetzt auf meinen Jagdponter? Warum denn nicht? Warum? Der hat dir doch nichts angetan. Warum geht der jetzt auf meinen Jagdponter? Weil ich den Panzerbrechen den Schuss drauf gemacht habe. Das bringt ja eigentlich nichts. Ja, Milan, der nächste rollt schon an. Schön für dich. Schon mal da angedacht, dass ich auch welche habe? Ja, eigentlich egal. Aber guck, du spielst schon wieder so ein bisschen unfair. Was ist daran wieder unfair? Schon wieder die mittlere Flagge! Worauf soll ich sonst gehen, wennst du diese Leute auch benutzen? Oh guck, eigentlich wollten wir doch die schlechten benutzen. Dann kamst du nur mit King-Tagern. Ja, du kamst auch zum Schluss mit denen her. Ja, du kamst zum Schluss mit denen. Ja, und? Das war für Kriegseträder. Das ist auch einen! Nee, hatte ich nicht! Der war ganz später, wo du... Den habe ich geholt, wo du deinen geholt hast. Ja, weil er nicht gesehen hat, dass du einen geholt hast. Wo der meine Basis war. Den habe ich dann geholt. Nee, davor kam doch schon King-Tiger. Ja, ja, ja. Ja, bei der Bootstation, guck im Stream. Äh, sollte wieder speichern und... Perfekt, noch einer. Ich besitze gerade 1, 2, 3... Jagd? 4 Jagdpa... Äh, Jagdponto. Das wäre für ja auch nicht schön, aber... Ich besitze... King-Tiger. Überhaupt, wo es mein ist. Ein Reparaturfahrzeug auch. Ups. Dann habe ich mich sehr gerne mit Musik hinzufügen, bis wir das machen. Ja, ist mehr im Hintergrund. Aber ich finde, steht nicht, warum Jagdpanther schwächer ist, äh, als ein... Tiger. Äh... Ich krieg mal einen Aufklärer zu dir. Ja. Okay, jetzt wieder mit Flugzeug-Sachen. Nein, Junge, ich habe nur einen geschickt. Das ist... Der Aufklärer ist ein Nachteil für mich. Weil ich habe weniger Geld und dann weiß ich noch 75... Äh, Geld in den Typen. Das ist ein Vorteil für dich. Äh, jetzt habe ich auch mal einen geholt. Ja, Mann. Hey, was bringt dir das? Ich habe doch eh nichts. Ja. Warum ist da was explodiert? Kinder, die können einfach auf sich schießen von der Range. Wer? Eine Panzer? Ja, vom Weg ein Nachteil von dir. Ja, es ist auch ein Nachteil für mich. Guck, jetzt ist einer meiner Panzer tot. Nur weil er jetzt auch ein... Ja, schieß! Ja, ist das so scheiße. Hast du noch einen geschickt dort? Ne, ist meiner. Alter. Alter, kackt der keinen Rückwärtsgang, der Junge. Ja. Geil. Soll ich, ich würde jetzt nicht empfehlen, Luft mehr einzusetzen? Ja. Habe ich eigentlich nie vor. Ich habe drei Stück. Der ist weg. Soll das wer? Ja. Ja. Na ja. Also du weißt ja nicht, was ich jetzt vorhabe. Ich werde dich einfach überrollen. Überrollen. Ja, mit Fahrern. Mit was? Mit Fahrern. Ja, ja, ja. Ach, die haben drei Fahrer. Drei. Drei. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Panzer hat drei Fahrer. Wie teuer ist der? 100. Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du jetzt noch Fahrer bringst. Kann ich mir eigentlich wirklich nicht vorstellen. Junge, der hat schon wieder ein Aufklärungsflugzeug. Hör doch mal auf. So, sollen wir jetzt unterlassen? Ja, ich habe doch gesagt, ich schicke nur eins. So, ich dachte wir dürfen jetzt. Nein. Ich habe jetzt zwei geschickt. Ja, ähm. I'm sorry, äh. Ich kann jetzt sicher nicht sagen, es war nicht absichtlich, weil... Wie soll das gehen? Hä? ... ... ... Was? enttäuscht du hast mich nie wieder erinnert was für die scheiße lagst du mich nicht erinnert was für die scheiße lagst du ach ich hatte vergessen dass du in der party warst äh also ich hab so ähm mein internet hat ganz Zeit rumgespünt und ich hab meine pp ein bisschen abkühlen lassen mich gemerkt habe dass die gefühlt richtig heiß ist ich hab meine so stehen so senkrecht und ich hab ich hab gesehen dass du das auch so ausgemacht hat bisher auch einer aufgeladen weil du also ganz kurz aufgewandt ich hab den bisschen länger ausgemacht und das habe ich mir ein bisschen aber ich habe meine so hochgestellte er geht das und dann hat er sich hat nie so einige in die bei mir liegt die so weißt du ach so das war's bei mir vorhin auch und jetzt ist sie so steht vor nach oben ich mag es eher so dass die schiefste steht ok ich bin ja auch schon ich hatte nach den ländern ja aber wir konnten jetzt dann eigentlich zocken ja wann greifst du mich mal an ich greif dich jetzt anderen zocken wir hier auf der map ich denke ich mal du ich und trion spielen deutsch ist ja so ich doch nein du gehst jetzt nicht auf das ist mir schon ich muss ich muss rainbow rainbow anhalten das ist ja unterliefer ist doch noch nie mega was wie lange wird es denn dauern wo so johannes darf ich sich jetzt stürmen nach wenn ich das muss dafür den donnau ganz gut wieder schlafen ich habe doch jetzt doch das sind fortsetzen hat nicht mal nachgeladen hallo hallo ist alles ok habe ich noch habe ich bei euch irgendwie läge ich das ist doch nur zu verbinden ja ja klugzeug das ist der final angriff darf man sowas meine pc war einfach kurz vom sterben ok wie lange der überlebt der erste teil dauert nur 34 minuten der andere teil dauert hier schon ok dann pausierst dann zocken jetzt ok ja leute das war es oder ja ja leute vom stream oder Leun ja 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 Das war's.